Ich habe gerade wundervollste Nachrichten gekriegt und das freut mich über allermassen und jetzt habe ich das, was ich gemacht habe, gerade unterbrochen. Es sprudelt raus aus dem Meer, wie wenn die Brigitte und der Wolfgang mit dem Paddel ins Wasser eintracht und es hochspritzt und ich muss jetzt oder darf jetzt irgendwas machen. Schauen wir mal. Ich habe allerdings den Verdacht, ich habe nicht mal gestimmt, ich habe nicht mal irgendwas hergekriegt. Ich habe einfach nur das Zeiger eingeschaltet. Den Verdacht. Mal schauen, was das Denken jetzt so kantert. Gut. 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 Die Freude ist jetzt eine riesige Gruppe. Das Kind soll sich vorstellen. Stellt euch einfach vor, es passiert nur so wunderschön. Plötzlich bist du wie ein Irr-A-G-T-U. Plötzlich bist du wie ein Irr-A-G-T-U. Es ist ganz wunderbar und wunderschön klar. Es ist erstaunlich für erstaunlich. Es ist ein Irr-A-G-T-U. 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 Untertitelung. BR 2018 . . . Danke.